Halti hallo und hier ist auch schon wieder euer Ben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gimmriff-Ben und hier sind wir auch schon wieder bei Let's Play Best Luck und ja, manchmal ist man einfach nicht blickig und nicht schlau und so weiter und leider bin ich beides nicht, also äh, hier sind wir auch schon wieder beim gleichen Rätsel, aber was einem, was mir voran nicht aufgefallen ist leider und zwar die Schatten, ne, das sind die Zahlen das heißt hier haben wir eine 6 haben wir da, eine 5 haben wir da, äh, eine 2 haben wir hier, das dürfte die 1 sein das dürfte die 2 sein ach ne, Quatsch, war ja, war ja falsch, ach ok, alles klar die ist die 1, so aber sie haben ja auch vorher nicht gesehen, leider irgendwie, also, hä? so, das hier war die 3 war das hier die 5 und die 6 habe ich hier, das ist der, das hier ist die 4 5 und die 6 ok aber hat sie immer ein anderes Kleid an? jetzt war es ja gelb, war es vorher nicht anders, grün oder so? ok, auf jeden Fall, das Rätsel ist schonmal gelöst und, äh, ja halt, blickig sein daran muss ich arbeiten, auf jeden Fall was ist das? das kommt mir alles gar nicht, auch gar nicht mehr bekannt vor, irgendwie was ist das? das ist das? Also, irgendwie ist die Tür weg. Wo ist die Tür? Okay, diese Tür können wir nicht öffnen, alles klar. Nein, ehrlich jetzt, Alter? Was ist hier los? Was heißt, die Tür dürfte jetzt... Nee, ist doch... Hä? Soll ich jetzt die Tür öffnen irgendwie? Ich hab keine Ahnung gerade. Hallo, Tür! Tür, hallo, Tür! Tür, bist du's? Nein, bist du nicht, aber okay. Dann, äh, drehe ich mal weiter. Aber die Tür war ja gerade noch da. Ich drehe einfach ein bisschen. Ich drehe meine Orgel schon seit Stunden. Und dabei kommt gar nichts wirklich Wichtiges raus. Ich drehe weiter und so fort. Wird? Und so fort. Und so fort. Und so fort. Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das eine Holztür? Grüne, gelbe Schmetterlinge, was ist hier los? Ich habe hier gelbes Schmetterlinge und dann habe ich hier grüner. Okay Die Türen kann ich nicht durchgehen Jetzt Jetzt soll ich herausfinden, in welcher Farben die rauskamen, oder was? Was? Ist irgendeine Tür gerade wieder zugegangen Ist alle Türen wieder zugegangen? So, ja gut, okay Aber ich weiß jetzt, auf was es hinausläuft, okay Ähm Ah, jetzt weiß ich Okay, okay, jetzt habe ich einen Plan Jetzt habe ich einen Plan Oh, ich bin auch ein Blitzmerker wieder heute, Wahnsinn Hier sind zwei drin Na Zwei Auch wieder halbende Zahlen nur einfach Also eins, zwei Schmetterlinge Hier sind drei drin Ne, sind mehr drin auf jeden Fall, okay Das heißt, wir drehen jetzt weiter, bis wir drei drin haben Falsche Richtung Sorry Falsche Richtung Sorry, Captain Wir haben hier vier drinnen Da waren die zwei drinnen Okay Hier haben wir einen drinnen Voll viele, okay Hier haben wir vier drinnen Wir brauchen den Dreier Ein, zwei, sieht aus wie Dreier, alles klar Ja Jetzt die vier, das sind ja Also eins, zwei, drei, vier Ja Vier Vier Oh, je Ein, äh Sind fünf Ein, zwei Nein Nein, ehrlich Das sind sechs Eins, zwei, drei, vier Ah, nein Das sind sechs Oh, nein Warum nur Okay, alles klar Ich muss noch ein bisschen hinhalten jetzt leider Das tut mir leider leid Dafür mache ich auch die Folge diesmal ein bisschen länger Stopp Hier sind nämlich die fünf drinnen Ein, zwei, drei Genau Das sind fünf, okay Ach je Bleibt uns so voreilig hier heute wieder Das waren sechs, okay Vier und drei Drei ist hier So Der ist es nicht, alles klar Is Did Was Die So, und dann bleibt nur noch die Nr. 6. Also generell immer Zahlen 1 bis 6, alles klar. Das kann man sich hier denn noch für die Zukunft merken. Okay, wie gesagt, es wird so langsam düster. Eine neue Erinnerung. Nun, wie es aussieht, ja, im Krankenhaus, okay. Habe ich es rausgeschafft aus dem Krankenhaus oder nicht? Okay. Kein gutes Zeichen, ne? Definitiv nicht. Okay. Oh, das kenne ich. Das ist Chaos in Demo. Oh, das ist Chaos. Oh, das kann wieder ein bisschen dauern, auf jeden Fall bei mir. Ich brauche bloß die zweite erstmal. Hä? Hä? Ah, okay. Oh, wenn ich mir nicht überall gegenrennen würde. Okay. 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 Puh. Okay. Ah, nein. Okay. Also 1, 2, 3. 1 2 Nicht so schwer gewesen wie beim ersten Mal Rein ins dunkle Nichtze Na toll Was wo sind wir Okay 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 Okay, alles klar Aber das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden Von Bestluck Und ja, hoffe das Ganze hat euch gefallen Wenn ja, gerne Video liken, kommentieren unten rechts Abonnierbutton, einfach raufclashen, dashen, smashen Damit ihr nichts mehr verpasst von mir Gaming of Ben Und ja, Video liken, kommentieren Und ja, bis zum nächsten Mal bei Gaming of Ben Bleibt immer schön flauschig Und bis dahin natürlich Immer schön weiter Immer schön weiter zocken Also, reinhauen Ja, ein paar Minuten länger war es schon Als die letzten Folge Yes Ja, bis zum nächsten Mal bei Amen. Amen.